Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einer weiteren Folge aus unserer kleinen A-Z-Offizierserie. Bevor ich aber heute mal wieder über einen gewöhnlichen Offizier spreche, den du schon sehr früh im Spiel siehst, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, dann abonniere den Kanal doch bitte. Und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Aber jetzt schauen wir uns mal Komal an. Er gehört zur Klasse Ingenieurwesen, das bedeutet, du brauchst Ingenieursabzeichen, um ihn abzugraden. Er gehört zur Gruppe Ehre im Töten, klingt sehr klingonisch. Das heißt, wenn er Käpt'n ist, kann er Synergie bekommen von anderen aus der Gruppe oder Synergie geben an einen Käpt'n aus der Gruppe, wenn er mit auf der Brücke ist. Und er gehört zur Fraktion Klingonisches Reich. Das bedeutet, du brauchst klingonische Fraktionscredits, um ihn abzugraden. Hier steht ein bisschen was zu Komal in der Infobox. Da gibt es ja immer eine Info zu jedem Offizier. Manche haben manche Serie nicht gesehen, das ist sehr interessant. Oder es gibt Offiziere, von denen man noch nie was gehört hat. Und dann ist ganz nett, mal kurz die Background-Story zu lesen. Er hat, wie gesagt, ein Kapitänsmanöver und das ist Kampfschiff-Spezialist. Wenn er sich in einem Kampfschiff befindet, erhöht Komal den Waffenschaden gegen Spieler um 20 Prozent. Also ist das einer der Offiziere für deine ersten PvP-Schlachten, also Spieler-gegen-Spielerkämpfe, wenn du denn dann ein Kampfschiff hast. Das geht ja dann bei Level 12 los mit dem Spieler gegen Spieler. Und das ist dann auch die Zeit, wo du noch keinen von den guten, sagen wir mal, oder richtig guten PvP-Offizieren haben wirst. Und da ist dann Komal somit dein Einstieg in diese PvP-Geschichten. Und er hat auch noch eine Offiziersfähigkeit, die heißt kinetischer Widerstand. Wenn der Gegner ein Spieler ist, verringert Komal den durch seine kinetischen Waffen verursachten Schaden um 20 Prozent. Du kannst jetzt nicht aussuchen, wer der Gegner ist, mit dem du kämpfst. Daher kannst du nicht garantieren, dass der kinetische Waffen hat. Aber wenn er welche hat, verringerst du den Schaden. Also beide Fähigkeiten von Komal sind gegen andere Spieler. Und zu dem frühen Zeitpunkt des Spiels sicherlich eine sehr hilfreiche Sache, wenn du dich dann doch mal auf den einen oder anderen Kampf einlassen willst oder von irgendwelchen Dödels leider dazu gezwungen wirst. Es gibt ja manche, die jetzt sagen wir mal etwas mehr gedankenlos durch die Gegend kämpfen. Auf Level 12 habe ich jetzt nicht so viel PvP gemacht, aber das ist halt Geschmackssache. Leider hat er als gewöhnlicher Offizier keine Eigenschaften für Außenteams. Das bedeutet, dass für einen Spieler wie mich jetzt an den Punkt, Komal hängt bei mir in der Akademie rum und wird nie wieder eingesetzt, weil dafür habe ich dann doch zu viele PvP-Crews, als dass ich jetzt Komal noch bräuchte. Das überlasse ich dann doch einigen anderen Offizieren und damit setze ich Komal jetzt überhaupt nicht mehr ein. Aber wie gesagt, in den frühen Phasen des Spiels ist er eine gute Option für deine ersten Spielerkämpfe. Ich habe auch gesagt, du wirst ihn so früh haben. Das liegt auch daran, wie man ihn rekrutieren kann. Der ist zwar nur an einer Stelle, aber da an einer einfachen Stelle, nämlich bei der Standardrekrutierung. Und als gewöhnlicher Offizier hast du halt eine große Chance, die Teile hier zu bekommen und dann eben auch früh zu bekommen, weil die gewöhnlichen Offiziere ja auch nicht so viele Teile brauchen, um sie freizuschalten. Und wenn du mein Video dazu gesehen hast, wirst du sogar wissen, wie man hier die Offiziersteile bekommt, wenn man die Token noch nicht mal hat. Und deswegen wirst du Komal schon rechtzeitig haben, wenn du ihn brauchst, außer du bist wirklich der größte Pechvogel, den es gibt. Aber den wirst du sehr früh haben, da bin ich mir relativ sicher. Und an so einer Stelle würde ich natürlich gerne auch von den Erfahrenen wissen, habt ihr in eurer Anfangszeit Komal eingesetzt für eure ersten Kämpfe gegen anderen Spieler. Aber auch gerade die, die an dem Punkt sind, im Bereich Level 12, 15, benutzt ihr Komal, um euch mit anderen Spielern zu messen. Also das wird sicherlich für mich auch mal interessant, das in den Kommentaren zu lesen. Aber auch wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Videowünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste Video hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back. ä ä ä e ä ä Vielen Dank.